Die ganzen drei Monate waren eigentlich überragend. Also die Arbeit war super, also das mit den Kindern macht mir super Spaß. Alle Leute hier nett, die Wohnung, die habe ich jetzt hier direkt nebenan. Also ja, abends hat man seine Ruhe, kein Stress, kein Internet. Also die ganze Kombination Arbeit, Wohnen, Leben und sonst am Wochenende dann halt immer wandern. Also ja, war super. So, so